Hallo, heute werden wir über unsere motorisierte Ringwickelmaschine Deluxe Serie sprechen. Der Encore Motorized Ringwrapper Deluxe ist eine aufgerüstete Version des EP-6700. Die Deluxe-Version verfügt über einen einstellbaren Motor, mit dem der Benutzer die Geschwindigkeit, mit der der Ringwickler läuft, individuell einstellen kann. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle für verschiedene Materialien, die um Ihr Gebinde gewickelt werden. Die EP-6700-DX-Serie wird in zwei Größen angeboten. Der EP-6700-25-DX hat eine Öffnung von 630 mm Durchmesser. Der EP-6700-48-DX hat eine Öffnung von 1200 mm Durchmesser. Das Gerät kann zwei Rollen mit 76 bis 127 mm Film aufnehmen, um eine Vielzahl von Paketen zu sichern. Von Kisten in Standardgröße bis hin zu Holzverlängerungen, Rohrleitungen, Bauholz und vielem mehr. Der EP-6700-DX bündelt alles, was Sie brauchen, mit Leichtigkeit. Die Geräte können entweder mit der Taste am Motor oder mit dem Fusspedal bedient werden. Die Geräte sind entweder mit flachen oder V-förmigen Rollen ausgestattet, um Ihre Ladung durch das Gerät zu befördern. Die V-förmigen Rollen eignen sich am besten für unregelmäßige, lange Einheiten wie Rohre oder Rundhölzer zum Bündeln. Die flachen Rollen eignen sich am besten für lange, quadratische Einheiten, um ein optimales und sicheres Bündel zu erzeugen. Um den EP-6700-25-DX mobil zu machen, empfehlen wir, den verstellbaren Auflagetisch hinzuzufügen. Der EP-6700-25-ST, der verstellbare Auflagetisch, ist mit 127 mm Feststellrollen und einem Scherenheber ausgestattet, mit dem Sie die Höhe Ihres Geräts verstellen können. Das Gerät EP-6700-48-DX kann mit einem Gabelstapler montiert werden und ist mobil. Wenn Sie jedoch ein förderbandtaugliches Gerät benötigen, empfehlen wir den EP-6700-48-ST Support Table. Dieser Auflagetisch ist aus massivem Stahl gefertigt und stellt eine robuste Ergänzung zu Ihrer 1200 mm Ringwickeleinheit dar. Der Auflagetisch ist auch für die Montage mit einem Gabelstapler geeignet. Der EP-6700-DX ist Ihre ideale Bündelungslösung und gleichzeitig sicher, schnell, einfach und bequem. Die Produktreihe der motorisierten Ringwickler wird direkt hier bei Encore Packaging hergestellt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Händler. Herzlichen Dank!